Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Reaktion Video auf diesem Kanal und zwar werden wir heute auf ein Video vom hungrigen Hugo reagieren und zwar Bürgermeister läuft durch Buxtehude. Abonniert den Channel gerne, lasst gerne einen Daumen hier oben da und schaut auch immer wieder gerne auf Instagram und auf TikTok bei links mit meinen Leuten in der Beobachtung und wir starten direkt los. Das ist mal eine super gute Frage, upidupi, upi. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ah ja. Da habe ich erst überlegt, ob ich überhaupt hingehe. Pass auf, hört mal hin. Oh, das ist menschlich schon sehr enttäuschend, ne? Sagt ehrlich. Mon Revy, Max hier. Könntest du Knopf eventuell sagen, dass ich ein Ticket kaufen müsste, weil ich nicht auf die Gästeliste packen kann? Weil die Leute meinen erst nur zum Entertainment und Faxen machen da und Content erschnurren. Er versucht sich ja überall hochzuziehen. Es ist aber, wenn ich ihn das irgendwie schont erklären könnte. Danke dir. Ach du Scheiße. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich überhaupt noch hingehen soll, ne? Hat das wirklich Trimax gesagt? Der Blitzer im Knossi-Bademantel. Ehrenblitzer. Oha. 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 Der ist draußen. Der ist sofort draußen. Hey Jungs, das ist die besten Securities überhaupt. Romata, der Kämpfer. Oha. Kommt einfach nie rein. Romata, als Fighter. Was ist denn Dipp jetzt? Ich sag dir jetzt eins und das kannst du jetzt auch so klippen. Ich werde morgen müchtern sein. Du wirst mich morgen mit keinem Schluck Alkohol und mit einer Cola Zero in der Hand erwischen. Ich werde morgen nicht trinken. Sascha Helliger. Ich habe mich den ganzen Abend gesucht. Wie läuft's? Ich war in der Bar. Ich werde trockens und nichts trinken. Ah ja. Ich werde morgen nicht trinken. Ich will wieder ohne, dass ich hinfalle, hinkommen. Dann kriegen wir extra IP. Kriegen wir extra Likes, Chat. Extra Likes. Hat nicht ganz funktioniert. Oh, oh mein Gott. Nein, das habe ich nicht zu dir gesagt. Wer spricht denn da überhaupt? Ach, Toni, was geht? Alles Gute. Ob ich ihm ein Bild senden kann und deswegen wollte ich fragen, ob du mir... Cowboy. Lektisch. Wir haben schon viele Leute erschrocken bei mir in der Bude, aber so hat sich noch nie jemand erschrocken. Bist ingame nicht muted. Du bist jetzt drauf geschissen, Alter. Kommt her, ihr witz da. Oh. Verp*** dich, Junge. Äh? Viel Spaß. Das war eben, Bruder. Das ist ein Banngrund. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Aber da mein Elb ist zu. Ich distanziere mich sein. Mach mal her. Ey, wenn ich du wäre, möchte ich es laufen. Was macht der... ...Zweeper? Das ist ein Muslim. Er ist bemollt, eh? Blödsinn, ja, hat man ja gerade gesehen. Ich hab gewusst, 10 Minuten mehr genug gewesen, ey, Mann. Oh, das gibt so Ärger, ne? Ich hab auch eine. Mit der hinten drauf. Eiffelturm. 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 Es ist... Eiffelturm drauf. Dreh ich mal um. Le Paris. Le Paris. Bruder, gib mir mal die Powerbank. Bitte. Haben sie nicht mitgenommen. Steht da auch der andere Beste? Oh, nee, Digga. Also, das ist so nicht mal Hotza-Sau. So ein kleiner Wicker, Digga. So ein Wicker, Digga. Hat er in meiner Powerbank seine ECG aufgeladen. Hahahaha. 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 Das, was wir noch gewinnen. 6-6, komm schon. Auch wenn das Defenders-Side ist. Rush B Team, Rush B. Verstehen die das? Alter, der hat geantwortet. Hey! What the f***? Sage! Help me, Sage! Oh mein Gott. Jeder schießt drauf. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. What the f***? Was ist das, Max? Wenn du jetzt hier einfach Maus 1 gedrückt gehalten hättest, wäre er tot gewesen. Hör auf mit diesem Klicken, Digga. Mann, dann, dann, was ist das? Wer seid denn für ein Cut-Code? Rubatra sagt immer, wer klickt der f***? Und jetzt? Jetzt klicke ich die ganze Zeit und Chef Strome sagt, das ist falsch. Was ist denn jetzt? Oh mein Gott! Wo ist Crouch? Wo ist Crouch? Ja! 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 Let's go! Was machen wir jetzt noch? EZ einfach. Jetzt sind wir drin. Jetzt bin ich Baylorin-Spieler. 420 knallt, ja Bruder, ich hab übel gekifft, Mann. Ich bin grad so high, ich pack's grad kaum. Ich frag mich auch grad wirklich, ob ich existier. Ich frag mich, ob es grad alles real ist. 420? Nein! Ach, hier merkt man schon wieder. Also auch das mit dem, wenn man Leute schreiben, du bist downed oder so. Die haben keine Ahnung, das sieht man sofort. Das hier, Bruder, ist ne getretet. Zigarette, das ist ja, siehst du auch am Filter. Ja, siehst du am Filter, das ist ja nicht irgendwie von der Kippen-Schachtel oder so. Weil ich muss sagen lassen, das ist so. Schnell weg, schnell weg! Äh, ja, kennen sich was, ne? Der Fortnite-Pro. Hab einen! Nein! Das ist der Ruhr, Bruder! Der darf auch nicht konsisten. Komm zu euch? Ey, das ist... tot. Ich denk immer Haarland. Aber es ist... Rainer Jesus. V und Nachname? Rainer Jesus, Alter. Ich bin der Rainer. Rainer mit AI, ganz wichtig. Kann der übers Wasser gehen, Alter, der Rainer? Ich weiß es nicht. Rainer Jesus. Rainer Jesus, Alter, was ist denn das? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das geht viel zu weit! Chiro Immobilie! Chiro Immobilie! Immobilie! Petty! Jetzt beim Fußball, teilweise nehmen Spieler Drogen, ne ne? Oder? Wir sehen schon eine Deckkarte. Wax-Tie. Wax-Tie! Galatasaray, oder sowas. Wunderbar. Wunderbar. John Lankai, Donnarumma. Gianluigi, Donnarumma. Also Müll. Oh, der beste Torwart im letzten Jahr. Atlas Mimbappe? Atlas Mimbappe? Das ist er doch! Das macht er doch mit der Absicht, Leute. Das macht er doch mit der Absicht, die Namen falsch sagen, oder? Ey, da kann doch nichts so los sein. Atlas! Atlas! Viva Colonia! Verarscht! April, April! 1. April! April, April! Tschüss! No, no Peter! No, no Peter! This is gonna be the best Hallo, hallo! Kannst du dir vorstellen? Einmal an so einem Event als Kämpfer teilzudem... Ja, ich würde da auf jeden Fall teilnehmen! So, ich werd morgens trinken! Hatschlafenverlust! Teilnehmen, ja. Hat er da was gespielt oder was genommen? Ich werde mal nicht trinken. Ah, bis auf mal, okay. Oh, oh, oh. Kamera. Kamera, so safe. Das ist zu fake, das ist zu fake. Die erste eigene Bude. Und der, du bist der Beste. Er nimmt wirklich alles. Da ist auch dieses Lügen-Detektor-Gerät rum. Genau, richtig, ja. Es fühlt sich so ein bisschen als ob der Bürgermeister gerade durch seine Stadt läuft. Die Schwester, hm? Ja, da oben war die Bude, ne? Das war schon eine schöne Zeit, Digga. Ich find's bodenlos, dass man nicht mit Scheine bezahlen kann, Digga. Ja, ist jetzt ein bisschen unpassig, wenn ich die... Aber auf dem Spielplatz hab ich das erste Mal direkt gelächelt. Bruder, ich sag nicht, seit Tag 1 umsonst buckst du gute Beste holst. Der Mann ist so abgewogen, das ist nicht normal. Der Tag ist geil, der Scream ist geil. War ziemlich lustig, heute. Da wundet ihr den Channel gern kostenlos und lasst den Kanal wieder um da. Wir sehen uns hoffentlich später oder morgen wieder hier auf YouTube. Oder später, nein, morgen hier auf YouTube und später auf TikTok. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugebund. Ciao. Tschüss. 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 Das ist just what I want.